Wenn du einen orangenen oder sogar grünen Punkt an deinem Handy siehst, solltest du aufpassen. Dieser orangenen Punkt hier heißt nämlich, dass dir gerade jemand zuhört. Normal ist das Ganze, wenn du gerade zum Beispiel ein Video aufnimmst oder telefonierst. Aber falls dieser Punkt in einer anderen Situation leuchtet, solltest du das dringend kontrollieren. Beim grünen Punkt ist es ähnlich, denn dieser steht für die Kamera. Das ist zum Beispiel normal, wenn du gerade FaceTimest oder ein Video aufnimmst. Falls dieser Punkt aber in einer anderen Situation leuchtet, solltest du es auf jeden Fall abchecken, denn dann kräft gerade jemand auf deine Kamera zu. Ich hoffe, das hat euch geholfen. Falls ja, schreibt mir gerne einen Kommentar und folgt mir für weitere Tipps.